Herzlich willkommen im Reha-Zentrum Neukloster. Ein Zuhause für Senioren, für Menschen mit Behinderung, für jedermann. Wir bieten Ihnen vollstationäre Pflege, Kurzzeit- und Tagespflege oder unsere Wohnanlage am Sonnenberg mit barrierefreien Wohnungen. Hier sind persönliche Zuwendung und Geborgenheit oberstes Gebot. Und das schon seit über 150 Jahren. Lebensqualität bis ins Alter. Dazu tragen ebenfalls unsere umfangreichen Freizeit- und Beschäftigungsprogramme bei. Bei uns finden Menschen mit Behinderungen ihre Wohnmöglichkeit, von ambulant bis stationär. Unsere Neuklosteraner Werkstatt bietet vielfältige handwerkliche Arbeitsmöglichkeiten für individuelle Bedürfnisse. Unsere professionellen Betreuungsteams begleiten Sie auch in der Freizeit, zum Beispiel beim Snoozeln. Im eigenen Bewegungsbad oder im Duft- und Tastgarten. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns. Ein Zuhause mitten im Leben.